Also servus, ich bin der Markus Graf von der Firma BWD Veranstaltungstechnik und wir übernehmen dieses Jahr die Technik bei der Radio Today Silvester Party im Hackabjob Breuhaus. Genau, was wird es denn dieses Jahr alles Neues geben, zum Beispiel im Blick auf die Scheinwerfer? Dieses Jahr werden wir 20 Moving Heads hier einsetzen, einen ganzen Schwung LED Moving Heads und auch einen ganzen Schwung Spot Moving Heads mit einer klassischen HMI Entladungslampe, dass wir hier eine schöne Lichtshow hinzaubern können. Okay, Moving Heads heißt wohl, dass sich da nicht nur blinken, sondern auch richtig mit Bewegung, also dass sich was rührt? Genau, das Ganze kann blinken in allen Farben, wie man das möchte, so wie man das besser auch haben konnte. Und jetzt können wir uns halt dieses Jahr noch komplett bewegen um die eigene Achse in alle Richtungen, die man so möchte. Also da darf man sich überraschen lassen, wird einiges geboten sein, aber natürlich muss nicht nur das Licht stimmen, sondern auch der Sound. Was wird sich da dieses Jahr alles im Hauptsaal tun? Also dieses Jahr werden wir hier ungefähr 20 Lautsprecher aufstellen, dass wirklich jeder im direkten Einzugsbereich vom Lautsprecher steht, dass man nicht irgendwie durch die Fußschall hier noch gestört wird, sondern dass wirklich jeder einen brillaren, klaren Sound hat, den man so haben möchte. Das heißt, egal wo im Raum man ist, man hat immer den perfekten Sound, so wie es auch sein soll? Ganz genau, wirklich überall hier im Stüberl, auf der Galerie oben, egal wo man sitzt, wird man direkt einen Schall haben, so wie es sein soll. Genau, super, vielen Dank für die Infos, dann dürfen wir gespannt sein. Bitte gerne.